Okay, ich bin ja jetzt seit einer Woche Leipzig-Fan und ich will, dass du mir jetzt alles erklärst, was ich über unseren Verein wissen kann. Okay, also wir sind 2016 in die Bundesliga aufgestiegen. Okay. Unser größter Vereinserfolg ist der DFB-Pokalsieg 2022. Ja. Und unsere größten Vereinslegenden sind Dominik Kaiser und Timo Werner. Den einen kenn ich nicht und Timo Werner ist jünger als ich, aber okay. Ja, und was noch? Wie, was noch? Das war's. Wie jetzt? Das war alles? Das war unsere komplette Vereinshistorie? Ja, ja klar. Wir wurden doch erst 2009 gegründet. Was dachtest du denn? Oh mein Gott, wie tief bin ich gesunken.